Einen wunderschönen guten Tag ihr Lieben! Heute habe ich einen ganz besonderen Hashtag, den ich mit euch teilen möchte und zwar I am woman at work. Und zwar geht es da einfach heute mal drum. Warum? Weil jeder seine eigenen Talente nutzen sollte und nicht immer warten und nicht immer denken Oh mein Gott, ich weiß nicht, ob ich das kann und so. Wenn eine Idee da ist, wenn sie in dir schlummert, dann warte nicht länger. Aber starte mit deiner Idee, mit deinem Wissen, mit deinem Talent, was du in dir hast. Das bedeutet das für mich, dass du einfach wirklich dein Potenzial, deine Visionen, deine Ziele und Räume wirklich nutzt und erlebst. Und da freue ich mich auch am 4. Mai euch live darüber, dass wir uns ein bisschen ausstauschen. Da halte ich übrigens auch einen Vortrag zum Thema Humanismus. Und jetzt frage ich dich, was bedeutet dieser Hashtag für dich? I am woman at work. Schreib gerne in die Kommentare mit dem Hashtag I am woman at work und was es für dich bedeutet. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz, ganz tollen Tag. Lass es dir gut gehen und glaube an dich selbst. Tschüss! Bis zum nächsten Mal.